So. Wahrscheinlich hier drin. Shadow Bolt fragt du mich jedes Mal? So. Ja, das Xelon Dragon, das muss ich mir dann auf jeden Fall noch besorgen. Shadow, wir haben eine kleine Community. Ich kenne alle meine Streamer. Noch kann ich da die Übersicht behalten. Oh yes. Das hat gut funktioniert. Gut hat es funktioniert. So, den haben wir. Boah, ich krieg immer weiche Knie hier, ne? Diese Level sind ja nichts für mich, ne? Wahnsinn. So. So, den haben wir alle weggehauen. Okay. Achso, da muss ich schütteln wahrscheinlich. So, die Pendeln sind ja gar nichts für mich, ne? So. Und du? So. Mit Geduld und Vorsicht. Nur die geheimnisvollen Wolken. Sehr schön. So. 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 So.